Den politischen Druck zu einer Energiewende spüren Verbraucher in Deutschland aktuell vor allem aufgrund erhöhter Strompreise in ihren Portemonnaies. Damit Anleger eventuell auch etwas Positives aus dem Drang zu mehr erneuerbaren Energien ziehen können, nehmen wir heute einmal SolarEdge unter die Lupe und schauen, ob diese Aktie aus meiner Sicht spannend ist. Viel Spaß beim Video! Vielen Dank an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button ein Mitglied werden. SolarEdge bietet vereinfacht gesagt drei Produkte an. Erstens Leistungsoptimierer für Solarmodule. An einer PV- oder Photovoltaikanlage können diese Geräte angebracht werden, um die Leistung dahinter zu optimieren. Wenn ein Teil der Anlage beispielsweise im Schatten liegt oder zurzeit im Schatten sich befindet, ist es mit Leistungsoptimierern möglich, die Spannung im System trotzdem gleichmäßig zu verteilen, um so mehr aus der Anlage herauszuholen. Spannend dabei ist, dass diese Leistungsoptimierer von SolarEdge auch an Anlagen angebracht werden können, die keine Wechselrichter von SolarEdge nutzen. Die Kompatibilität ist hier also relativ hoch, was in diesem sehr fragmentierten Markt, wie wir gleich noch sehen werden, also einem Markt, in dem es sehr, sehr viele verschiedene Anbieter gibt, äußerst wichtig ist. Das zweite Produkt sind dann eben genau diese Wechselrichter. Diese sind in Photovoltaikanlagen für die Erzeugung der netzseitigen Wechselspannung zuständig. Neben diesen beiden Produkten, die direkt an der Anlage angebracht werden, in physischer Form, bietet SolarEdge zusätzlich ein Überwachungssystem, das SolarEdge Monitoring Portal. Eine webbasierte Anwendung, die dem Kunden Auskünfte darüber gibt, in welchen Bereichen es gerade Probleme mit der Photovoltaikanlage gibt, auf welchem Feld gerade etwas gereinigt werden müsste oder wie es hier auch generell hinsichtlich der Leistung aussieht. Kritik ernteten die Produkte von SolarEdge unter anderem in Deutschland auch durch die Bundesnetzagentur, da diese teilweise eine hohe elektromagnetische Strahlung an den Produkten von SolarEdge nachweisen konnten. Zusätzlich beschweren sich zumindest im deutschsprachigen Raum sehr viele Kunden über einen zurzeit miserablen Service durch SolarEdge, der bei Problemen und Rückfragen praktisch gar keine Hilfe leistet, trotz einer Leistungsgarantie von 25 Jahren. Das Schattenmanagement, also ein Kern der Optimiererfunktion von SolarEdge, beherrschen mittlerweile übrigens auch fast alle anderen Hersteller. Und die Anzahl dieser konkurrierenden Hersteller, auch von Wechselrichtern, ist vielseitig. 2018 lag SolarEdge auf Platz 8 im weltweiten Ranking nach Marktanteil mit etwa 4%. Vorne lagen Huawei, SunGrow, SMA und Power Electronics. Diese vier kommen zusammen, alleine auf einen Marktanteil von mehr als 50%. 2020 sahen die Marktpositionen sehr ähnlich aus, nur dass SolarEdge auf Platz 9 abgerutscht ist und die Marktanteile der Top 4 bei ca. 57% liegen. Es gibt also sehr viele andere Anbieter im Markt, keinen überragenden Platz hier. Insgesamt sind die Investitionen in Solarenergie-Technologie in den letzten Jahren eher stabil und gar nicht so stark steigend. 2011 sind mehr als 150 Milliarden Dollar investiert worden im Gesamtmarkt, 2017 mehr als 180 Milliarden. Gleichzeitig stieg die kumulierte installierte Photovoltaikleistung weltweit aber deutlich an. Auf über 750.000 Megawatt Nennkapazität. Das heißt, die Investitionen sind zwar gleichmäßig, das Wachstum der erzielten Leistung ist aber eher schon fast exponentiell, was auch auf verbesserte Produkte schließen lässt. Die Photovoltaikbranche ist sich also ständig am Weiterentwickeln und Optimieren und so kann hier auch immer eine bessere Leistung durch diese Produkte erzielt werden. China liegt dabei 2020 bei der kumulierten Kapazität in Gigawatts deutlich vorne, mit mehr als 240. Die USA kommen auf etwas mehr als 90, dahinter folgen Japan, Deutschland und Indien. Die Lieferungen im Markt für Wechselrichter und Optimierer, also genau dem Marktsegment von SolarEdge, sind in den letzten Jahren insgesamt nur leicht angewachsen. 2017 wurden hier umgerechnet mehr als 100.000 Megawatt Leistung ausgeliefert, 2021 war es unwesentlich mehr. Das Wachstum von 2015 bis 2017 konnte hier also nicht mehr beibehalten werden. Dabei sind die Lieferungen von zentralen Lösungen sogar rückläufig. Sogenannte Standalone-Lösungen waren leicht wachsend. Auch die dreiphasigen Wechselrichter und die für Wohn- und Gewerbezwecke waren ebenfalls eher rückläufig, genauso wie die einphasigen Wechselrichter. Alle drei letztgenannten Optionen bietet SolarEdge natürlich an. Klar, von 2019 bis 2021, also in diesem Zeitraum hier, spielt Corona und damit auch eben verbundene Lieferengpässe sowie möglicherweise auch eine sinkende Nachfrage in diesem Zeitraum eine Rolle. Vorteil von SolarEdge ist hier immerhin, dass sie in vielen Regionen der Welt vertreten sind, mehr als 100 Ländern. In der Marktposition vergebe ich zwei von fünf Sterne. SolarEdge nimmt hier keine marktführende Rolle ein, auch wenn sie nicht vollkommen aussichtslos im Markt liegen. Das Wachstum in ihrem Marktsegment und im Segment der Photovoltaik insgesamt ist in den letzten Jahren eher stagnierend gewesen. Folgt auf Instagram dem Kanal TechAktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch immer wieder für gute Laune. Auch wenn der Markt insgesamt nicht so stark gewachsen ist, im Umsatz konnte SolarEdge stark zulegen. Von ca. 300 Millionen Dollar Umsatz in 2015 ging es hinauf auf voraussichtlich beinahe 2 Milliarden Dollar Umsatz nach Schätzungen der Analysten in 2021. Das Umsatzwachstum ist hier intakt, wenngleich das Jahr 2020, wahrscheinlich auch geprägt durch Covid-19, eher ein Jahr der Stagnation war. Den meisten Umsatz, nämlich mehr als 600 Millionen Dollar, erwirtschaften sie dabei in den USA. Einen großen Teil auch in Europa, wobei die Niederlande hier enorm hervorstechen, die schon alleine fast auf die Hälfte vom ganzen Rest von Europa kommen. Der Umsatz mit Wechselrichtern und Optimizern hält sich dabei ungefähr die Waage. Beide Segmente sind hier etwa gleichauf im Jahr 2020. Wenn wir hier darauf schauen, wie viel Prozent vom erzielten Umsatz nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt, erhalten wir hier eine Bruttomarge von stabil über 30%. Keine besonders überragende Marge, wenngleich auch nicht marktunüblich. Im EBIT, also im operativen Gewinn, können sie ähnlich wie im Umsatz in den letzten Jahren stabil wachsen. Von ca. 100 Millionen Dollar, die 2017 als operativer Gewinn übrig blieben, geht es in 2021 aller Prognosen zufolge hinauf auf etwas mehr als 200 Millionen Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob diese Zahlen durch das letzte Quartal 2021 gehalten werden können. Die aktuelle Berichtssaison läuft ja noch und aktuell sehen wir bei vielen Unternehmen recht schwache Ergebnisse, sodass hier bei SolarEdge auch eine negative Überraschung möglich wäre, die der Aktie kurzfristig natürlich schaden könnte und den Kurs etwas drücken könnte. Wir sehen auch, dass das Jahr 2020 für SolarEdge hier, anders als im Umsatz, im EBIT einen Rückgang mit sich brachte. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, wenn der Umsatz identisch ist mit dem Vorjahr, dass EBIT aber zurückgeht, dass die Kosten gestiegen sein müssen. Gleiches sehen wir auch in den EBIT-Margen. Hier lag die Aktie von 2016 bis 2019 rechts stabil bei ca. 15%. Zuletzt ging es 2020 auf unter 10% zurück. 2021 sollen es dann ca. 11% werden. Positiv ist, dass die Fremdkapitalquote kontinuierlich gesenkt werden konnte. 2020 lagen sie hier bei einer Fremdkapitalquote von unter 50%, was ein positiver Trend in diesem Verlauf ist. Das Kursgewinnverhältnis ist hier geprägt von enormen Kursbewegungen in der Aktie an den Börsen, unter anderem auch durch die Hype-Phase rund um das Thema Clean Energy im Jahr 2020. Dadurch ist das Kursgewinnverhältnis von SolarEdge bereits zeitweise auf über 100% angestiegen, was schon klar dafür spricht, dass die Aktie zuletzt enorm hoch bewertet war und damit auch überkauft sein könnte. 2021 ging das KGV dann auf 80% zurück, was immer noch sehr hoch ist. Zwischen 2016 und 2018 lag das KGV aber auch zeitweise bei niedrigen 10% bis 20%. Wir sehen also, es ist durchaus möglich, dass wir wieder in diese niedrigen Regionen kommen, entweder dadurch, dass SolarEdge seinen Gewinn stark steigern kann oder eben, dass der Aktienkurs etwas zurückgeht. Im Konkurrenzvergleich sehen wir, dass die im ersten Kapitel gezeigten Konkurrenten sehr unterschiedliche Charakter besitzen. Mit 1,45 Milliarden Dollar Umsatz in 2020 liegt SolarEdge hier deutlich hinter dem Konzern Huawei, die natürlich aber in vielen anderen Märkten noch unterwegs sind. Sie liegen auch hinter den anderen Marktführern im Markt für Wechselrichter wie SunGrow und ABB, allerdings vom Umsatz her vor SMA. Was das Umsatzwachstum angeht, hat SolarEdge über die letzten Jahre mit einem Wachstum von ca. 28% pro Jahr das beste Wachstum hingelegt. Huawei kommt auf beinahe 18% pro Jahr, SunGrow auf 26%, ist also sehr nah dran, während SMA nur mit 4% wachsen konnte. Im EBIT in absoluten Zahlen liegt Huawei klar vorne, klar. Geringere Zahlen als SolarEdge liefert hier nur SMA, liegt aber auch an der Größe dieser Unternehmen und an der Historie. In den EBIT-Margen sehen wir jetzt, dass SolarEdge mit seinen knapp 10% im Marktdurchschnitt liegt. Auch die deutlich größeren Konzerne erzielen hier keine deutlich besseren Margen. SunGrow liegt aber etwas vor SolarEdge, was die Marge angeht. Die Dividenden sind im Vergleich eigentlich zu vernachlässigen. Hier liegt ABB klar vorne, die Dividendenrenditen von SunGrow und SMA können wir ebenfalls vergessen. SolarEdge bietet zurzeit keine Dividende. In der Fremdkapitalquote hat SolarEdge erneut den niedrigsten Wert vorzuweisen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Die Analysten erwarten in Zukunft in den kommenden Jahren beinahe eine Verdoppelung von Umsatz und EBIT. Die Zeichen bei diesem Titel liegen also klar auf Wachstum. Damit die Aktie ein starkes Wachstum im Kurs generieren kann, sollten diese Erwartungen aber sogar geschlagen werden. Ansonsten wird es sicherlich schwer werden, in Zukunft überhaupt noch einen starken Kursanstieg realisieren zu können. Dem zugute kommt der starke Kursrückgang in den letzten Monaten, die bereits ein Symptom der zu großen Erwartungen und des hohen Preises der Aktie sind. Für die Kennzahlen vergebe ich daher durchschnittliche 3 von 5 Sterne. Das Wachstum ist in jedem Fall intakt. Die Margenbranchen üblich. Und auch im Vergleich zu den Konkurrenten liegt SolarEdge nicht sonderlich schlecht. Dennoch sind die Erwartungen enorm und sie müssen weiterhin in allen Belangen wachsen, um den Kurs halten zu können. Und damit wären wir bei den Risiken von SolarEdge. Das erste Risiko liegt in der enorm großen und starken Konkurrenz, die den Markt aktuell eben ausmacht. Einen eindeutigen Burggraben hat SolarEdge meiner Meinung nach nicht, sodass sie in erster Linie von dem guten Wachstum des Gesamtmarktes profitieren könnten. Was natürlich nicht schlecht ist in diesem Sektor, dennoch aber immer eine Gefahr birgt, nämlich dass die Konkurrenz bessere Produkte als man selber anbietet und dann eben auch stärker wächst als man selber. Die Schadenshöhe liegt meiner Ansicht nach hier sogar bei 9, weil sie im schlimmsten Fall eben komplett substituiert werden könnten mit ihren Produkten oder beziehungsweise durch die Produkte der Konkurrenz. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich hier sogar bei 50%. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich persönlich bin kein Profi im Bereich Photovoltaik, deswegen bezieht sich da natürlich diese Substituierbarkeit auf meine Empfindung, dass ich nicht glaube, dass diese Produkte, die sie anbieten, so einzigartig sind. Und wenn man das im Internet mal sucht, dann gibt es eben durchaus eine Menge an Alternativprodukten. Ich sehe hier wirklich einfach keinen Burggraben, deswegen für mich persönlich diese Eintrittswahrscheinlichkeit so hoch, wenn ihr für euch andere Gründe habt und sagt, da liegt meine Eintrittswahrscheinlichkeit nur bei 20%, kommen wir hier natürlich zum anderen Ergebnis. Das zweite Risiko liegt in China begraben, einen Teil seiner Produkte lässt SolarEdge in Ungarn herstellen, einen nicht unerheblichen Anteil aber eben auch in China, da sie zwar selbst SolarEdge aus Israel stammen, aber eben auch viel in die USA liefern und gute Handelsbeziehungen zu den USA haben, könnten Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China hier sich negativ auswirken. Ich schätze die Schadenshöhe mit 5 durchschnittlich ein, die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich dabei bei etwa 50%. Das dritte Risiko ist aus meiner Sicht die Marge und Profitabilität. Genau genommen schließt dieser Punkt etwas an das erste Risiko an. Die Marge ist zwar branchenüblich hoch, auf der anderen Seite müssen sie weiterhin kräftig investieren, auch in Forschung und Entwicklung, um im Markt mithalten zu können. Ob dabei die Profitabilität gesteigert werden kann in der nächsten Zeit, ist fraglich. Eine Alternative dazu haben sie aber auch nicht, denn den Anschluss im Markt dürfen sie unter keinen Umständen verlieren. Positiv wirkt hier natürlich die geringe Fremdkapitalquote und so die Möglichkeit, sich immer wieder mit frischem Kapital versorgen zu können, wenn sich etwas nicht in die richtige Richtung entwickeln könnte. Die Schadenshöhe einer langfristig sinkenden oder nicht steigenden Marge und einer geringen Profitabilität sehe ich daher nur bei 3, die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich hier erstmal aber aktuell bei ca. 60%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken, doch sehr harte 2 von 5 Sterne. Wie gesagt, das größte Risiko liegt meiner Ansicht nach in dem fehlenden Burggraben und der enorm großen Konkurrenz im Markt. Die Prognosen zur weltweiten Lieferung von Wechselrichtern und Optimizern im Marktsegment von SolarEdge sehen für die kommenden Jahre zwar endlich wieder ein leichtes Wachstum vor, das ist allerdings bis 2025 noch relativ gering, wenn wir uns diesen Chart hier anschauen. Wachsen sollen dabei nahezu alle Lösungen, egal ob die zentrale Lösung oder die Standalone-Lösung oder die dreiphasigen und einphasigen Wechselrichter. Im gesamten Solar-Photovoltaik-Markt wird bis 2024 im Vergleich zu 2019 aber ein stetiger Anstieg der Kapazitäten erwartet, diese sollen auf beinahe 1500 Gigawatt kumuliert ansteigen. Man darf in dieser Grafik nicht vergessen, dass die Jahre 2020 bis 2023 ausgeblendet sind, die ja Teil dieses stetigen Wachstums sind. Dabei werden, und das dürfte zumindest uns als potenzielle Kunden oder Verbraucher freuen, die durchschnittlichen Installationskosten für Solar-Photovoltaik weltweit fallen, wenn sich der Trend von 2009 bis 2020, den wir in dieser Grafik sehen, so weiter fortsetzen sollte. Das macht PV-Anlagen natürlich auch erschwinglicher und zeigt auch, dass diese Systeme immer effizienter werden. Die jährliche Solarmodul-Produktion weltweit steigt weiter relativ konstant an. 2011 lagen wir hier bei 30.000 Megawatts, die produziert worden sind, 2019 dann schon bei über 140.000. Immerhin mehr als eine Vervierfachung in wenigen Jahren. Die Nachfrage in den kommenden Jahren nach diesen Produkten ist allerdings nicht enorm groß bzw. geht nicht enorm in die Höhe, sondern eher konstant, wenn wir uns diese Grafik hier anschauen. Demnach dürfte der Markt jetzt nicht sonderlich stark exponentiell wachsen, sondern eben sehr konstant linear. In den Analysen zum Clean Energy ETF oder zum New Energy ETF, in denen diese Aktie, also SolarEdge, natürlich auch prominent vertreten war oder ist, habe ich bereits einige Statistiken zur etwas längerfristigen Prognose im Solarenergiemarkt vorgestellt oder im Photovoltaikmarkt. Natürlich agiert SolarEdge in einem Marktumfeld, wo nicht nur die nächsten drei bis vier Jahre, also bis 2025 spannend werden, sondern wo das Wachstum gegebenenfalls bis 2030, 2040, 2050 anhalten muss, um weltweit eben eine signifikante Energiewende herbeizuführen. Deswegen ist natürlich klar, der Markt grundsätzlich, in dem sich SolarEdge befindet, steht noch relativ am Anfang. Wir sehen das zum Beispiel hier auch an den stark sinkenden Kosten, wie viel effizienter diese ganzen Anlagen im Moment werden. Und ich gehe deshalb davon aus, dass die technologischen Entwicklungen sich hier in den kommenden Jahren natürlich immer wieder neu übertreffen werden. Durch die Partnerschaft mit Tesla zum Beispiel, in der es auch um Ladesäuleninfrastruktur geht, können sie ihre Produkte eben auch über B2B-Geschäfte weiter vertreiben. Partnerschaften mit der Havi Energietechnik AG aus München oder ISOFOTEN aus Spanien, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, die beispielsweise eben beide Solarenergieplanungen vornehmen und dabei dann eben auch immer Produkte von SolarEdge mitvermitteln, helfen hier SolarEdge natürlich auch. Zur Kooperation mit Tesla passt auch die letzte Übernahme von SMRE-SPA durch SolarEdge. Das 2019 übernommene Unternehmen bietet integrierte Antriebstechnik und Elektronik für Elektrofahrzeuge. Bereits 2018 übernahm SolarEdge Kokam aus Südkorea, ein Anbieter von Lithium-Ionen, Batteriezellen, Batterien und Energiespeicherlösungen. Insofern, ja, SolarEdge wird uns wohl in Zukunft auch mit neuen Produkten verwöhnen können oder zumindest neue Produkte anbieten. In diesem Marktumfeld sind neues Know-how, was man durch Akquisitionen von anderen Unternehmen erreichen kann, neue Produkte und ständige Weiterentwicklung eben auch Standard. Ich vergebe daher in der Prognose verhalten, aber optimistisch gemeinte 3 von 5 Sterne. Kurzfristig ist der Markt eher stetig und moderat wachsend, was jetzt nicht so berauschend ist für den Anleger, der hier bei KGV von über 100 reingehen möchte. Nichts, was aber aktuell einen so enormen Hype rechtfertigt, wie er vielleicht im Kurs eben da war. Die langfristige Perspektive, die viele Anleger ja eigentlich im Blick haben, lässt SolarEdge sicherlich auf einen immer größer werdenden Kuchen im Gesamtmarkt hoffen, von dem sie eben ein Teil abbekommen. Und wenn der nur 4% heute ist, der Gesamtmarkt aber wächst, dann wächst natürlich auch ihr Kuchen etwas an oder ihr Kuchenstück. Gleichzeitig können sie mit ihrer ganz guten finanziellen Ausgangslage auch Unternehmen akquirieren, wie wir gesehen haben, und auch ganz gute Partnerschaften erwirken. Bei der großen Anzahl an Playern im Markt gilt das aber natürlich auch genauso für die meisten ihrer Konkurrenten. In der Marktposition habe ich 2 von 5 Sterne vergeben. Sie sind zwar weltweit aktiv, besitzen aber eben eine starke Konkurrenz. Selbst kleine technische Vorteile können hier schnell von der Konkurrenz geschluckt werden. Das Umsatzwachstum ist sehr stark, das KGV und der Kurs der Aktie enorm schwankend und die Erwartungen der Anleger sind hoch. Daher hat es bei den Kennzahlen für 3 von 5 Sterne gereicht. Aufgrund des fehlenden Burggrahmens, meiner Meinung nach, gibt es in den Risiken nur 2 von 5 Sterne. Ihr könnt da persönlich natürlich zu einer anderen Meinung kommen. Die Prognose kommt hier auf 3 von 5 Sterne, obwohl kurzfristig kein Megawachstum im Markt zu erwarten ist. Insgesamt erhalten wir also eine Bewertung von 2,5 von 5 Sternen. Meine Meinung dazu sollte durch weltweite politische Eingriffe die Energiewende, überraschenderweise möchte man fast sagen, man will es ja hoffen, aber noch schneller in den Fokus rücken und das Thema PV endlich mal global an Geschwindigkeit aufnehmen, könnte dies natürlich zu einem weiteren Aufschwung der SolarEdge Aktie führen. Grundsätzlich sind aus meiner Sicht viele Hoffnungen in der Aktie aber bereits eingepreist und auch wenn die Aktie zuletzt einiges an Wert verloren hat, ist das KGV von heute, zumindest bei mir hier, mit Stand 50 aktuell immer noch sehr hoch. Natürlich wird das Thema erneuerbare Energie nicht verschwinden, aber auf diesen Zug sind seit Anfang 2020 eben diverse Anleger aufgesprungen, sodass die Aussage, Photovoltaik ist die Zukunft und daher muss diese Aktie hier auch steigen, per se erstmal kein Grund ist, warum die Aktie hier in den kommenden Jahren nach oben schießen muss oder besser laufen muss als irgendetwas anderes auch. Ein überraschend schneller politischer Fokus, verschiedene Fördermaßnahmen und Subventionen könnten natürlich hier kurzfristig zu einer Wiederbelebung dieser Aktie führen oder zu einem kurzfristigen Kursanstieg. Diese Faktoren gelten aber eben für die gesamte Branche. Sollte ich also so eine Wette eingehen wollen, käme für mich dann hier eher eine Art Clean Energy ETF in Frage, da ich dann hier eben nicht das Risiko mittrage, dass einzelne Aktien wie SolarEdge eben zum Beispiel aus heiterem Himmel plötzlich den Anschluss verlieren aufgrund von Missmanagement, sondern ich trage dann das Risiko der ganzen Branche und das ist ja das auch, woran ich glauben würde, wenn ich diese Argumentation aufstelle, Photovoltaik ist die Zukunft etc. Nach Missmanagement sieht es zwar bei SolarEdge im Moment nicht aus, aber dafür sind die meisten von euch und auch ich selber wahrscheinlich nicht tagtäglich am Nachrichtenlesen und permanent am Screenen, was so die nächsten News sind und schlechte Quartalszahlen, die reinrauschen oder andere Zahlen, die durchsickern können bei einzelnen Aktien, wie wir in diesen Tagen sehen, eben in einem diesem großen gehypten Umfeld schon mal dazu führen, dass der Kurs so schnell sinkt, dass er da gar nicht hinterherkommt. Was ich damit sagen will, bei SolarEdge ist mir das Alleinstellungsmerkmal und der Programm bei weitem nicht groß genug, daher, wenn überhaupt, würde ich ein ETF auf die ganze Branche kaufen und wer meine Videos kennt, weiß, dass ich praktisch nie auf Branchen-ETF setze, daher bin ich auch weder in dem ETF noch in der Aktie selbst investiert und habe es auch aktuell nicht vor. Folgende Indizes und damit ETFs gewichten die SolarEdge Aktie von ca. 0,6 bis 5% sogar teilweise, der S&P Global Clean Energy Index und damit auch der bereits hier vorgestellte, aber mittlerweile aktualisierte, muss man auch dazu sagen, iShares Global Clean Energy ETF und der HAN ETF S&P Global Clean Energy Select HAN Zero ETF, der Selective Battery Value Chain Index und damit eben auch der LNG Battery Value Chain ETF. Wie wir eben gehört haben, hat SolarEdge nämlich auch durch seine Akquisitionen durchaus eine Berechtigung, in einem Battery Value Chain ETF mit dabei zu sein. Auf der anderen Seite ist das eigentlich auch noch nicht ihr zentraler Fokus, zumindest nicht so ganz, was man bei der ETF-Wahl aber eher berücksichtigen sollte und in seine Bewertung für den ETF mit einfließen lassen sollte. Ganz falsch ist hier SolarEdge auf keinen Fall. Außerdem sind sie im Solar Energy ETF von HAN ETF enthalten und im LNG Clean Energy ETF. Wer SolarEdge nicht direkt über Clean Energy oder Battery ETFs, also Branchen-ETFs abbilden möchte, der kann sich hier auch den Luxor S&P MidCap 400 ETF anschauen, dort besitzt SolarEdge auch hin und wieder einen kleinen Anteil. Was haltet ihr selbst jetzt von SolarEdge? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich glaube, brandheiße Diskussion wird es auf jeden Fall um das Thema Burggraben geben. Meine Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktie bzw. welchen ETF ich in der kommenden Woche analysieren soll. Wir sehen uns kommende Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund! Und...